Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage. Wir haben uns an dieser Stelle vor einiger Zeit schon mal intensiver über volkswirtschaftliche Zusammenhänge ausgetauscht. Und da standen die Konjunktur, das Wachstum im Mittelpunkt. Vor allem auch deshalb, weil diese volkswirtschaftlichen Größen auch immer wieder mal mit der Entwicklung an den Aktienmärkten in Verbindung gebracht werden. Nun wollen wir uns einen Bereich der Volkswirtschaftstheorie zuwenden. Bitte nicht abschalten, meine Damen und Herren, der ebenfalls häufig angeschnitten wird, wenn es um mögliche Szenarien am Aktienmarkt geht. Und daher ist es eben auch sehr, sehr spannend. Heute dreht sich alles darum, wie außenwirtschaftliche Beziehungen systematisch erfasst und bewertet werden. Außenwirtschaft also unser Thema in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und auch dafür habe ich wieder Karl Matthäus Schmidt bei mir, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Du hast mir beim letzten Mal, als wir uns über Volkswirtschaft unterhalten haben, schon gebeichtet, dass das jetzt nun keine besonders große Leidenschaft von dir ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wundere ich mich jetzt ehrlich gesagt etwas, dass wir uns jetzt schon wieder über ökonomische Theorie unterhalten wollen. Warum? Mal langsam Andreas. Also ich hatte damals gesagt, dass ich es persönlich spannender finde, die Entwicklung erfolgreicher Unternehmen zu verfolgen und dass ich die starke Mathematisierung der VWL vor allem an den Universitäten nicht so gut finde. Als Student habe ich nämlich wirklich darunter gelitten. Aber das ändert nichts daran, dass VWL-Themen extrem wichtig und auch hochspannend sind, auch für mich. Deshalb gehört es für mich auch zur allgemeinen Bildung eines aufgeklärten Bürgers, zumindest mal die grundlegenden volkswirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen. Ehrlicherweise muss ich aber zugeben, dass es mit dem Erfolg oder dem Misserfolg einer Anlage relativ wenig zu tun hat, ob man sich bei volkswirtschaftlichen Themen gut auskennt oder eben nicht. Denn wenn das so wäre, dann wären ja VWL-Professoren und Professorinnen die erfolgreichsten Anleger. Und ich kann dir sagen, das sind sie definitiv nicht. Ja und warum besprechen wir dann das Thema in unserem Podcast? Denn der heißt ja klug anlegen, Karl. Ja wie gesagt, einmal, weil es meiner Meinung nach zur Allgemeinbildung gehört und zweitens ganz praktisch, weil man dadurch vieles, was in den Wirtschaftsnachrichten berichtet wird, eher versteht und besser einordnen kann. Indirekt hat unser heutiges Thema dann doch wieder etwas mit einer klugen Anlage zu tun. Denn dadurch ist man eher vor voreiligen und unüberlegten Anlageentscheidungen geschützt. Okay, wir haben ja schon einmal über Volkswirtschaft, über Wachstum und Konjunktur und auch ein bisschen über Geldpolitik gesprochen. Karl, heute soll es also, ich habe es eingangs erwähnt, um Außenwirtschaft gehen. Warum ist speziell dieses Thema so wichtig? Da gibt es vor allem zwei Gründe, Andreas. Erstens haben in dem Bereich die meisten die größten Schwierigkeiten, die Zusammenhänge zu verstehen. Und zweitens ist die Außenwirtschaft speziell für ein Land wie Deutschland extrem wichtig. Große Teile unseres Wohlstandes hängen direkt oder indirekt an der Außenwirtschaft. Ich gebe dir nur ein paar Zahlen dazu. Allein im September dieses Jahres hat Deutschland Güter und Dienstleistungen im Gegenwert von 142 Milliarden US-Dollar exportiert und 133 Milliarden US-Dollar importiert. Das gesamte BIP in Deutschland beträgt pro Monat rund 350 Milliarden US-Dollar. Wenn du die Außenhandelszahlen dazu ins Verhältnis setzt, dann haben wir eine Exportquote von über 40 Prozent und eine Importquote von 38 Prozent. Allein an diesen Zahlen siehst du, wie stark Deutschland mit dem Welthandel verzahnt ist. Und diese Septemberzahlen sind ganz typisch. Auch im Gesamtjahr 2021 hatten wir eine Exportquote von weit über 40 Prozent. Es hat schon seinen Grund, warum Deutschland manchmal als Exportweltmeister bezeichnet wird, obwohl wir da streng genommen gar nicht mehr sind, sondern China. Das allein ist meiner Meinung nach schon Grund genug, sich mit Außenwirtschaft zu beschäftigen. Alles klar, Karl. Dann lass uns mal anfangen. Wie kann man sich denn dem Thema Außenwirtschaft nun systematisch nähern? Am besten fangen wir mit der sogenannten Zahlungsbilanz eines Landes an. Da werden alle wirtschaftlichen Transaktionen festgehalten, die uns mit dem Ausland verbinden. Also zum Beispiel Exporte, Importe oder auch die sogenannten Kapitalexporte und Importe. An der Stelle ist erstmal nur wichtig festzuhalten, alles, was wir ökonomisch mit dem Ausland betreiben, wird in der Zahlungsbilanz verbucht. Und damit dabei ein bisschen mehr Ordnung herrscht und man nicht alles in einer einzigen Bilanz verbuchen muss, unterteilt man die Zahlungsbilanz noch in Unterbilanzen, die jeweils einen bestimmten Bereich der Außenwirtschaft zeigen. Insgesamt gibt es vier dieser Unterbilanzen. Die bekanntesten und wichtigsten sind die Leistungsbilanz und die Kapitalbilanz. Nun ja, aber in der Wirtschaft, in den Wirtschaftsnachrichten wird sehr häufig die Handelsbilanz erwähnt. Spielt die denn keine Rolle? Du wirst es aber ganz genau wissen, Andreas. Also dann mache ich es eben vollständig. Die Zahlungsbilanz eines Landes hat vier Unterbilanzen. Die Leistungsbilanz, die Kapitalbilanz, die Bilanz unentgeltlicher Übertragungen und die Bilanz der jeweiligen Notenbank. Für das Verständnis der wesentlichen Zusammenhänge sind aber die Leistungs- und die Kapitalbilanz ausreichend. Die Leistungsbilanz selbst wird wieder unterteilt in Handelsbilanz, das was du gesagt hast, Dienstleistungsbilanz und die Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen. Die Handelsbilanz ist also eine Unterbilanz der Leistungsbilanz. Das heißt, wir berücksichtigen sie mit der Leistungsbilanz ganz automatisch auch mit. Okay, dann erklär uns doch mal, was es mit diesen Bilanzen, das waren ja doch jetzt mehrere, auf sich hat. Also wie gesagt, alle außenwirtschaftliche Transaktionen werden in der übergeordneten Zahlungsbilanz erfasst. Wenn es sich dabei um Geschäfte mit Waren und Dienstleistungen handelt, dann fließt das immer in die Leistungsbilanz ein. Man kann also sagen, dass in der Leistungsbilanz alle Transaktionen festgehalten werden, die das Ausland mit der Realwirtschaft verbinden, also mit dem Bereich, in dem produziert wird und Dienstleistungen erbracht werden. Wenn nun ein Land insgesamt mehr Güter und Dienstleistungen exportiert als importiert, dann hat es einen Leistungsbilanzüberschuss. Wird per saldo mehr importiert, dann ergibt sich ein Leistungsbilanzdefizit. Daneben braucht eine funktionierende Volkswirtschaft aber noch einen Finanzsektor. Das heißt insbesondere die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen und zu vergeben. Und wenn wir mal die Details einzelner Finanzmärkte weglassen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie der Finanzsektor eines Landes mit dem Ausland verbunden sein kann. Entweder Inländer kaufen ausländische Wertpapiere, zum Beispiel eine Apple-Aktie oder eine US-Staatsanleihe, oder Ausländer kaufen inländische Wertpapiere, zum Beispiel Aktien der Telekom oder Bundesanleihen. Ersteres, also den Kauf ausländischer Wertpapiere durch Inländer, nennt man Kapital-Exporte. Und das Gegenteil, also den Kauf inländischer Wertpapiere durch Ausländer, nennt man Kapital-Importe. Das ist mir nicht übel, aber da steige ich jetzt fast aus, Karl. Was ich ja noch schnalle ist, wenn wir Güter aus dem Ausland erhalten, heißt das Import, wenn wir Güter ans Ausland liefern, heißt das Export. Das ist soweit klar, ich glaube auch jedem von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber wenn wir jetzt Wertpapiere aus dem Ausland erhalten, heißt das plötzlich Export. Und wenn wir welche ans Ausland liefern, Import. Ist das jetzt wirklich sinnvoll? Oder soll das jetzt den Laien einfach nur verwirren, damit es Herrschaftswissen ist? Nein, Andreas, da geht es jetzt nicht um Herrschaftswissen. Beide Bezeichnungen machen aus meiner Sicht absolut Sinn. Denn letztlich bedeutet der Kauf ausländischer Wertpapiere durch Inländer, dass Inländer ihr Geld ins Ausland tragen und es dort wie auch immer angelegt haben wollen. Von daher ist die Bezeichnung Kapital-Export schon richtig. Und wenn Ausländer heimische Wertpapiere kaufen, ist es genau umgekehrt. Sie tragen ihr Geld nach Deutschland und wollen, dass es hier angelegt wird. Und darum passt auch der Begriff Kapital-Import. Okay, dann lass mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe, Karl. Wir haben jetzt also zwei große Bereiche in einer Volkswirtschaft, die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft. Auslandstransaktionen aus ersterem landen in der Leistungsbilanz und solche aus dem zweiten in der Kapitalbilanz. Und so wie es in der Leistungsbilanz Überschüsse und Defizite geben kann, kann es sie eben auch in der Kapitalbilanz geben. Exportieren wir dann wiederum mehr, als wir importieren, entsteht ein Überschuss. Importieren wir mehr, als wir exportieren, ein Defizit. Und ich muss ja zugeben, ich habe mir das aufgeschrieben. Und dann ist es auch einfach und logisch. Aber nur, wenn ich es mir aufgeschrieben habe, oder? Ja, aber es ist leider trotzdem falsch, André. Nein, da habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Also nochmal von vorne, bitte. Also, wie so oft im Leben sind die Dinge nicht ganz so einfach. Für die Leistungsbilanz ist es genau richtig, wie du es beschrieben hast. Wenn wir mehr Güter und Dienstleistungen exportieren, als wir importieren, entsteht ein Überschuss in der Leistungsbilanz. Wenn es umgekehrt ist, ein Defizit. Aber jetzt kommt eben die Überraschung. In der Kapitalbilanz ist es genau andersrum. Wenn wir mehr Kapital exportieren, als wir importieren, wenn also mehr Inländer ausländische Wertpapiere kaufen, als umgekehrt, dann sprechen wir von einem Defizit in der Kapitalbilanz. Und wenn mehr Ausländer inländische Wertpapiere kaufen, als umgekehrt, wenn also mehr Kapital importiert, als exportiert wird, dann sprechen wir von einem Kapitalbilanzüberschuss. Die Amerikaner zum Beispiel importieren seit Jahrzehnten deutlich mehr an Kapital, als sie exportieren. Sie haben daher einen Kapitalbilanzüberschuss. Allein im Jahr 2021 in einem Volumen von über 800 Milliarden US-Dollar. Deutschland dagegen, das seit Jahrzehnten mehr Geld im Ausland anlegt, als umgekehrt, hat ein Kapitalbilanzdefizit. 2021 immerhin in einem Volumen von rund 300 Milliarden US-Dollar. Ähnlich übrigens Japan, das auch fast schon traditionell ein Kapitalbilanzdefizitland ist. Japan exportiert seit Jahrzehnten mehr Kapital, als es importiert. 2021 in Höhe von rund 150 Milliarden US-Dollar. Das musst du als Buch rausgeben, diesen Podcast, Karl. Was ist das denn? Mal heißt es jetzt Überschuss, wenn mehr exportiert wird, mal Defizit. Hätte man das jetzt nicht einheitlich festlegen können? Ich meine, da muss man ja durcheinander kommen. Andreas, ich gebe zu, das ist schon manchmal ein bisschen verwirrend. Ich muss es auch immer wieder mir anschauen. Aber ich kann dich trösten. Das passiert uns beiden nicht nur, sondern vielen anderen auch. Aber wenn man es sich genau überlegt, macht es schon Sinn, so wie es ist. Hierzu musst du einfach mal die entsprechenden Devisenströme berücksichtigen. Wenn man einmal vom Handel innerhalb Europas absieht, dann kann man ja davon ausgehen, dass von jeder Auslandstransaktion, egal ob realwirtschaftlich oder finanzwirtschaftlich, immer ein Fremdwährungsstrom ausgelöst wird. Nimm als Beispiel den Handel mit den USA. Wenn wir unsere Autos oder Spezialmaschinen in den USA verkaufen, erhalten wir als Gegenleistung US-Dollar. Und wenn wir umgekehrt Waren aus den USA beziehen wollen, brauchen wir dazu US-Dollar. Wenn wir also per saldo mehr exportieren, als wir importieren, dann haben wir netto einen Zufluss an Fremdwährungen, sprich US-Dollar. Und darum heißt eine solche Situation zu Recht Leistungsbilanzüberschuss. Und in der Kapitalbilanz ist das nicht so? Nein, eben nicht, Andreas. Lass uns dieselbe Situation in der Kapitalbilanz ansehen. Wenn wir Kapital exportieren, sprich ausländische Wehrpapiere kaufen, brauchen wir US-Dollar. Wenn Amerikaner dagegen deutsche Wehrpapiere kaufen, wenn wir also Kapital importieren, erhalten wir US-Dollar. Das heißt, wenn wir mehr Kapital exportieren als importieren, dann entsteht nicht ein Überschuss an Fremdwährungen, sondern ein Loch, sprich ein Defizit. Und das ist der eigentliche Grund, warum zum Beispiel Deutschland einen Leistungsbilanzüberschuss bei gleichzeitigem Kapitalbilanzdefizit hat. Und die USA ein Leistungsbilanzdefizit bei gleichzeitigem Kapitalbilanzüberschuss. In dem Zusammenhang ist übrigens noch ein Punkt wichtig, Andreas. Für sich gesehen muss weder die Leistungsbilanz noch die Kapitalbilanz eines Landes ausgeglichen sein. Und in der Praxis sind sie das auch so gut wie nie. Wie schon erwähnt, Deutschland und Japan haben seit Jahrzehnten Leistungsbilanzüberschüsse und Kapitalbilanzdefizite. Und die USA ebenfalls seit Jahrzehnten Defizite in der Leistungsbilanz und Überschüsse in der Kapitalbilanz. Wenn man aber diese beiden Unterbilanzen in der Zahlungsbilanz im Grunde zu einer zusammenfasst, dann müssen sich Defizite und Überschüsse gegenseitig aufheben. Das heißt, nicht die einzelnen Teilbilanzen müssen immer ausgeglichen sein, sondern die Zahlungsbilanz. Und das ist sie dann eben auch immer. Okay, ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich es verstanden, Karl. Ja, also einverstanden, dann machen wir nämlich mal weiter, ehe ich jetzt immer wieder nochmal nachfrage. Sehr gerne. Eins will ich einschieben, weil mir das gerade auffällt. Wir reden die ganze Zeit über Leistungs- und Kapitalbilanzen und so weiter und so fort. Und bis jetzt ist eben noch nicht mal der Begriff Wechselkurs gefallen. Da müssten wir doch eigentlich auch noch drauf kommen, oder? Ja, da hast du recht, das ist der nächste logische Schritt. Und der ist extrem wichtig, weil man nur dadurch manches erst verstehen kann, was sich so an den Devisenmärkten abspielt. Um dabei durchzublicken, ist es wichtig, sich die entsprechenden Devisenströme vor Augen zu führen. Wir hatten ja schon besprochen, dass durch jede Auslandstransaktion ein entsprechender Devisenstrom ausgelöst wird. Fangen wir nochmal bei den Waren und Dienstleistungen an, also bei der Leistungsbilanz. Und bleiben wir beim Handel mit den USA. Wenn wir Waren exportieren, dann werden diese normalerweise von den Amerikanern in ihrer eigenen Währung bezahlt. Also konkret, ein Amerikaner, der sich ein BMW kauft, wird den in US-Dollar bezahlen, nicht in Euro. Das deutsche Unternehmen erhält also US-Dollar. Normalerweise wird es die US-Dollar aber nicht behalten. Schließlich muss es als deutsches Unternehmen den Großteil seiner Aufwendungen in der Regel in Euro bezahlen. Es wird seine Dollareinnahmen daher am Devisenmarkt in Euro umtauschen wollen. Und damit entsteht am Devisenmarkt ein zusätzliches Angebot an US-Dollar und eine zusätzliche Nachfrage nach Euro. Exporte beeinflussen also den Wert des Euro positiv und den Wert des US-Dollar negativ. Und jetzt kannst du dir leicht überlegen, dass es bei den Importen genau umgekehrt sein muss. Sie bewirken einen Aufwertungsdruck für den US-Dollar und einen Abwertungsdruck für den Euro. Durch unsere Exportüberschüsse wird also per Saldo der Euro tendenziell stärker und der Dollar schwächer. Ich sage bewusst tendenziell, denn um den Gesamteffekt beurteilen zu können, musst du auch noch die Kapitalbilanz berücksichtigen. Ein Kapitalexport bedeutet ja, dass das Inland gegenüber dem Ausland eine Forderung erwirbt. Das kann durch eine Kreditvergabe geschehen. Der Kauf zum Beispiel einer amerikanischen Anleihe ist ja nichts anderes als eine Kreditvergabe oder durch den Kauf eines beliebigen anderen Wertpapiers. Wenn wir wieder bei unserem Deutschland-USA-Beispiel bleiben, heißt das, dass wir, um das ausländische Wertpapier kaufen zu können, US-Dollar brauchen. Und die besorgen wir uns am Devisenmarkt, das heißt wir fragen am Devisenmarkt US-Dollar nach und bieten im Gegenzug Euro an. Der ganze Vorgang stärkt also den Kurs des US-Dollar und schwächt den Euro. Auch da kannst du dir leicht überlegen, dass es bei Kapitalimporten, das heißt wenn Ausländer unsere Wertpapiere kaufen, genau andersrum ist. Alles in allem kann man daher festhalten. Jeweils für sich gesehen macht unser Leistungsbilanzüberschuss den Euro stärker und unser Kapitalbilanzdefizit macht ihn schwächer. Sind beide zusammengefasst, aber ausgeglichen, das heißt steht unserem Leistungsbilanzüberschuss ein Kapitalbilanzdefizit in gleicher Höhe gegenüber, dann würde die Währung stabil bleiben. Okay, das ist wirklich viel, viel Information, viel, viel Zusammenhänge, die man da irgendwie verstehen muss. Und klar ist es faszinierend, dass da alles miteinander zusammenhängt und sich am Ende wieder ausgleicht. Aber warum das so sein muss, Karl, kann ich ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig nachvollziehen. Ich mache vielleicht mal ein ganz anderes Beispiel, um das verständlich zu machen. Im Grunde ist das dasselbe bei dir und mir, Andreas, wie bei jedem anderen auch. Jeder von uns hat eine persönliche Leistungs- und Kapitalbilanz. Du zum Beispiel verkaufst deine Arbeitskraft und bekommst dafür pro Monat, sagen wir einfach mal 7000 Euro. Und dafür kaufst du dir jetzt Güter- und Dienstleistungen. Gibst du genauso viel aus, wie du einnimmst, wenn also deine persönlichen Exporterlöse aus dem Verkauf deiner Arbeitskraft genau den Ausgaben für deine persönlichen Güter- und Dienstleistungsimporte entsprechen, dann ist deine private Leistungsbilanz ausgeglichen. Gibst du aber mehr aus, als du einnimmst, sagen wir um 1000 Euro pro Monat, dann weiß ich genau, dass du nach einem Jahr ein persönliches Leistungsbilanzdefizit von 12.000 Euro haben musst. Und ich weiß noch mehr, wenn ich jetzt mal ausschließe, dass du woanders her Geld geschenkt bekommst, kann ich aus deinem persönlichen Leistungsbilanzdefizit ausschließen, dass du in der Zeit entweder einen Kredit in Höhe von mindestens 12.000 Euro aufgenommen hast oder aber andere werthaltige Gegenstände, zum Beispiel Wertpapiere, verkauft hast. Dein persönliches Leistungsbilanzdefizit beträgt also 12.000 Euro und dein Kapitalbilanzüberschuss ebenfalls 12.000 Euro. Und so ist es auch mit ganzen Ländern, die ein Defizit in der Leistungsbilanz haben. Sie bekommen ihr mehr an Gütern, die sie importieren, auch nicht geschenkt, sondern ihre Handelspartner wollen dafür natürlich eine Gegenleistung. In der Regel sind das Verbriefungen von Krediten, die sie an uns vergeben haben. Es können aber auch verbriefte Ansprüche auf beliebige andere werthaltige Anlagen sein, zum Beispiel die Unternehmen des Landes, womit wir beim Verkauf von Aktien wären. Jetzt mal ganz konkret auf Deutschland bezogen, Karl. Das bedeutet also, dass die Leistungsbilanzüberschüsse, die wir seit Jahren produzieren, dann die sogenannten Kapitalbilanzdefizite auslösen. Also wir exportieren mehr Güter, als wir importieren. Und genau deshalb müssen wir quasi automatisch auch mehr Kapital exportieren, als wir importieren, damit die Zahlungsbilanz ausgeglichen ist. So vielleicht? Ja, ganz genau, Andreas. Aber wie schon vorhin erwähnt, der tiefere Grund ist, dass kein Land und wir auch nicht seine Güter und Dienstleistungen einfach herschenken will. Wenn wir mehr Waren ins Ausland schicken, als wir erhalten und diese nicht verschenken, erwerben wir damit Vermögensansprüche gegen das Ausland. Wie gesagt, das können Kredite oder andere Verbindlichkeiten des Auslands sein, zum Beispiel der Kauf einer US-Anleihe. Oder auch direkte Vermögenswerte wie Unternehmensbeteiligung, wie Aktien zum Beispiel. Und das wird nicht immer wieder auf Null gesetzt, jedes Jahr und startet neu, sondern das wird aufsummiert. Das führt dann zu einer weiteren außenwirtschaftlichen Kennzahl, dem Auslandsvermögen bzw. der Auslandsverschuldung eines Landes. Je höher über lange Zeiträume die Exportüberschüsse bei Waren und Dienstleistungen sind, desto höher wird dieses Auslandsvermögen. Und je höher die Defizite sind und je länger sie dauern, desto höher die Auslandsschulden. Deutschland zum Beispiel hat mittlerweile ein Nettoauslandsvermögen von über 3 Billionen US-Dollar angehäuft. Die USA dagegen Nettoauslandsschulden in Höhe von über 14 Billionen US-Dollar. Oder nimm China. Deren Auslandsvermögen beträgt mittlerweile über 2 Billionen US-Dollar. Und weil China über mindestens 20 Jahre der Hauptpartner der USA für Warenimporte war, hat es den größten Bestand an US-Staatsanleihen angehäuft. Der beträgt mittlerweile über eine Billion US-Dollar. Das heißt, rund die Hälfte des Auslandsvermögens Chinas ist in amerikanischen Anleihen angelegt. Wow, das ist eine ganze Menge. Und damit sind ja beide Länder ja eigentlich doch verfeindet, wenn man sich die Weltbühne gerade anschaut, miteinander verwoben. Und man kann also gar nicht so einfach sagen, Karl, dass es uneingeschränkt gut ist, wenn man eine wettbewerbsfähige Wirtschaft hat und viel exportiert? Nein, du hast vollkommen recht. So einfach ist es tatsächlich nicht. Das hört sich immer sehr toll an mit dem Exportweltmeister. Und die Politik ist darauf auch mächtig stolz. Aber das hat eben nicht nur positive Seiten. Für uns nicht und für unsere Handelspartner auch nicht unbedingt. Denn ein anhaltender Leistungsbilanzüberschuss ist immer mit einem anhaltenden Kapitalbilanzdefizit verbunden. Und das wiederum bedeutet, dass aus dem Land mehr Investitionskapital abfließt, als aus dem Ausland reinkommt. Es gibt einige Ökonomen, die eine solche Situation sogar als ein Zeichen einer nachhaltigen Produktivitätsschwäche des Landes interpretieren. Wohlgemerkt des Landes insgesamt nicht einzelner Unternehmen. Und wenn du mal in das alte, aber nach wie vor gültige Stabilitätsgesetz schaust und da auf den wirtschaftspolitischen Zielekatalog guckst, dann steht da auch was dazu drin. Hier ist nämlich neben dem stabilen Preisniveau, dem angemessenen und stetigen Wachstum und dem hohen Beschäftigungsstand auch von außenwirtschaftlichem Gleichgewicht die Rede und eben nicht von maximalen Exportüberschüssen. Und sind denn diese Einsichten jetzt nur wichtig, um das große Ganze zu verstehen? Oder hilft mir das tatsächlich auch bei Anlageentscheidungen? Also sollte ich zum Beispiel Länder mit zu großen Unwuchten in den Unterbilanzen meiden? Nein, Andreas, bitte keine Anlageentscheidungen aus volkswirtschaftlichen Einschätzungen ableiten. Selbst wenn sie noch so fundiert sind. Du weißt doch, an der Börse wird nicht die Gegenwart gehandelt, sondern die Zukunft. Und die kann nun mal keiner besser voraussehen als der Markt insgesamt. Auch nicht mithilfe von volkswirtschaftlichen Betrachtungen. Von daher ist es immer am klügsten, möglichst exakt den gesamten globalen Aktienmarkt abzubilden und sich dabei, so gut es geht, an der tatsächlichen internationalen Verteilung des Kapitals zu orientieren. Und damit an der sogenannten Marktkapitalisierung. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Damit erreichst du ein viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis, als wenn du versuchst, dein Depot auf Basis vermeintlicher volkswirtschaftlicher Stärken und Schwächen zu gewichten. Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, zumindest grob zu erkennen, ist aber trotzdem sinnvoll. Und wenn es einem nur davor bewahrt, von bestimmten reißerischen Medienberichten auf eine falsche Fährde geführt zu werden. Eins interessiert mich da noch, Karl, in der Erwartung, dass ich keine ehrliche Antwort bekomme. Macht das Spaß? Das macht schon Spaß. Ich finde es wirklich interessant. Gut, dann respektiere ich diese Antwort so, wie sie gerade kommt. Und dann habe ich eine allerletzte Frage. Wie steht es denn um deine persönliche Leistungsbilanz? Also wo hast du denn im Moment Überschüsse und vielleicht auch Defizite? Oh weh, wir laufen hier aufs Ende des Jahres zu. Und man hat immer viele gute Vorsätze und zu wenig Umsetzung davon. Darunter gehört Sport machen, sie endlich mal dehnen. Du weißt schon, ja, es gibt ein paar Defizite. Vielleicht auch Schlafdefizite? Auch das kann vorkommen. Dann drücke ich die Daumen, dass du diese Schlafdefizite spätestens um die Weihnachtsfeiertage herum und um die Neujahrstage herum aufarbeiten kannst und gut erholt ins neue Jahr starten kannst. Dankeschön, Karl Matthäus Schmidt mit einem doch sehr komplexen Podcast. Das hat man, glaube ich, gemerkt, dass man da ganz genau hinhören muss. Aber das ist das Schöne an diesem Podcast. Falls Sie das eine oder andere beim Ersten hören, so wie ich auch, gebe ich ja ehrlich zu, nicht gleich verstanden haben, spulen Sie einfach zurück, hören Sie es sich einfach nochmal an. Infos unter www.quirinprivatbank.de Nachfragen unter podcast.quirinprivatbank.de und für heute sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen beruht auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und investiert frei von Prognosen in den weltweiten Kapitalmarkt. Die Bank unterstützt interessierte Anleger bei der Altersvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau. Mehr Informationen erhalten Sie unter querinprivatbank.de